Ich habe jetzt hier ein sehr einfaches Setup, einen sehr einfachen Aufbau. Ich habe jetzt hier die Situation zum Beispiel, dass ich einen großen Vortragstraum habe, wo nur eine Person da ist als Referent. Das heißt, ich habe hier eine Aufstuhlung meinetwegen von 30, 40, 50 Leuten da. Und wenn ich das Ganze hybrid machen möchte, empfiehlt es sich natürlich eine gute Bildqualität zu machen. Ich habe jetzt hier eine einfache kleine Videokamera am Ende vom Raum und mit dem Ton gehe ich jetzt einfach per Funk rein in die Kamera. Das Ansteigmikrofon habe ich jetzt einfach mal hier positioniert und die Webcam, also beziehungsweise die Videokamera wird dann als Webcam fungieren. Vom Set her ist es einfach so, ich habe die Kamera mit einem HDMI-Kabel, gehe ich in eine Capture-Karte, Adapter, Converter, Wandler. Je nachdem, wie man das Ganze nennen möchte, der mir einfach das Signal von der Videokamera als Webcam umwandelt und dann gehe ich mit dem USB-Kabel ins Notebook rein und das Notebook erkennt dann eben eine Videokamera als Webcam und dann muss ich halt in der Software, mit der ich dann das Ganze entsprechend streame, übertrage, dann sagen, bitte nimm mir die und die Webcam. Die Bezeichnung von der Webcam kann natürlich dann unterschiedlich sein. Wenn der Converter von der Firma ABC ist, dann kann es sein, dass bei dem Programm ABC dort steht, kann aber genauso auch sein, dass die Modellbezeichnung dort auftaucht. Da muss man dann wirklich individuell schauen, wie die Bezeichnung dann von der Pseudo-Webcam ist, also von meiner Videokamera. Also hier haben wir jetzt den ganz einfachen, praktischen Aufbau. Ich habe einmal hier die Videokamera, die hier mit dem HDMI-Kabel hier reingeht. Das ist jetzt zum Beispiel der Blackmagic ATEM Mini, bzw. Extreme. Gibt es natürlich auch einen kleiner. Diese Bildmische fungiert als Capture Card. Gibt natürlich auch andere Modelle, was ich ja schon im Foto eingeblendet habe. Verschiedene Varianten, die auch als Capture Card fungieren. Hier jetzt zum Beispiel gehe ich dann mit dem USB-Kabel direkt rein in das Notebook und dann schauen wir uns das noch gleich an, wie man in der Software Zoom das entsprechend einstellt. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie kommt das Signal wirklich in Zoom rein zum Beispiel. Also ich habe jetzt hier in die Zoom-Sitzung auf und man sieht hier links unten im Eck die Möglichkeit Video bzw. Audio, die ganzen Eingangsquellen einzustellen. Ich gehe hier auf das Symbol Video, auf dem Pfeil, dann geht hier entsprechend das Menü auf und dann sieht man schon, was alles angeschlossen ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine normale Webcam namens BIRON 500. Ich habe jetzt hier als Capture Card verwendet den Blackmagic ATEM Mini. Wird hier angezeigt als Blackmagic Design. Und dann gibt es halt so eine entsprechende andere Sachen oder auch die Software OBS, die ja kostenlos ist. wo man auch entsprechend hernehmen kann. In dem Fall nehme ich hier den Blackmagic, wähle den aus. Und man sieht jetzt auch, ich habe jetzt da an dem Bildmischer zum Beispiel eine Kamera angeschlossen. Die kann ich jetzt entsprechend bewegen. Und dann wird da das Bildsignal entsprechend übertragen. Man kann auch hierher gehen auf Videoeinstellungen. Dann hat man hier die allgemeinen Einstellungen. Also man kann hier auf Allgemein gehen. Video. Bis zum Beispiel kann man auch dann hier entsprechend noch das Audiosignal auswählen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Sennheiser Headset angeschlossen. Das heißt, ich wähle hier die Quelle aus. Ich könnte genauso natürlich auch von der Webcam das hernehmen oder vom Mischpult. Je nachdem. Das eben mal so ganz kurz. Wie kriege ich das Bildsignal in die Zoom-Sitzung rein mit einer Capture-Card? Eben auf Video gehen. Ich kann hier entsprechend auswählen oder ich gehe darauf und tue mir dann entsprechend die Webcam raussuchen bis jetzt die Capture-Card.